Heute stelle ich euch wieder drei verschiedene Familien vor. Einmal darunter die Mechanikerfamilie, die ganz ganz viele Autos reparieren wird und sie danach verkauft. Die Farmerfamilie, die den ganzen Tag den Stall ausmisst, Tiere füttert oder sonstige Dinge anstellt. Und nun die Königsfamilie, die einfach ultra reich ist und unendlich viel Geld hat. Das sieht man am Haus, an den Autos und sogar an den Angestellten. Aber jetzt schaut es euch gerne selber an und let's go mit dem Video. So, ne Mann, Vitamine, wo bleibst du denn? Wir müssen in die Werkstatt. Wir haben noch Autos zu reparieren, komm schon. Los, Bruder, wo bleibst du? Ich hab mich umgezogen und bin noch hier. Hier bin ich doch, meine Familie. Dann ist ja die Mechanikerfamilie nun endlich vollzählig und wir können in unsere Werkstatt fahren. Selbstverständlich, um Autos zu reparieren. Ganz genau, denn heute sind wir in der Mechanikerfamilie. Und damit, hey, Freunde, na, schön, dass du eingeschalten hast. Und wenn du jetzt einmal hier bist, lass gerne meinen Daumen nach oben. Da würde mich super, du bedolle freuen, Freunde. Vergiss nicht, kostenlos zu abonnieren und rechts daneben die Glocke zu aktivieren. Dann verpasst du keine neuen Broke-Heaven-Familien-Videos mehr, denn die sind ultra, ultra geil. Und wie ihr seht, ist das meine Familie. Los, kommt jetzt alle. Komm, Kleiner, oder wir fahren ohne dich. Ja, so, wir steigen alle selbstverständlich ein. So, hier hinten ist noch ein Platz frei. Das ist übrigens meine Schwester und das ist meine Familie. Und wir sind die Mechanikerfamilie. Ja, es ist jetzt früh am Morgen gleich, also gleich wird es wieder hell, Freunde. Und die Mechanikerfamilie kann nicht so lange schlafen, denn wir müssen arbeiten, um unser Geld zu verdienen. Alle aussteigen, wir sind bei unserer Werkstatt. Yeah, wir sind bei unserer Werkstatt. Okay, Mama geht am Rechner, Papa wird die Autos reparieren und ihr beiden Kleinen könnt ihr Papa ein bisschen unterstützen, okay? Und ich werde alle Aufträge annehmen. Super, Mama und deine kleine Schwester sind beschäftigt. Jetzt werden wir Männer natürlich die Autos reparieren. Siehst du dort rechts das hellblaue Auto? Ja, ich sehe das hellblaue Auto. Du meinst etwa das hier? Muss das repariert werden? Soll ich irgendwas reparieren oder so? Nein, ganz im Gegenteil. Das wurde schon repariert. Dieses Auto ist komplett neu und wird nur noch zum Verkauf angeboten. Dafür kümmert sich Mama gerade. Aha, Freunde. Das verstehe ich natürlich. Also, das wurde repariert und wird jetzt wieder verkauft. Cool, Alter, ich liebe das. Wenn ihr gerne mehr Familienvideos sehen wollt, dann lasst es mich jetzt wissen mit einem Daumen nach oben da. Würde mich echt, echt tolle freuen, Freunde. Weil die Videos sind auch sehr, sehr aufwendig. Also, let's go. Alleinen Daumen nach oben da und schreib es jetzt, Hashtag Vitaminami, in die Kommentare. Let's go. Kleine, du versuchst jetzt neue Autoteile zu bestellen, okay? Ja, ich versuche schon, alles neu zu machen. Alle neuen Sachen zu bestellen. Okay, so. Oh, warte mal. Ich werde angerufen. Hallo, Autowerkstatt hier. Wie kann ich Ihnen behilflich sein? Hallöchen, Hallöchen. Ich bin stehen geblieben mit meinem Auto. Sie müssten mir helfen. Das ist im Navi eingegeben. Bitte kommen Sie. Hilfe ist unterwegs. Wir werden die Männer losschicken. Oh, Vitamine, du hast es gehört. Wir haben heute unseren ersten Auftrag. Yeah, wir haben unseren ersten Auftrag. Komm, Papa. Wir werden jetzt fahren. Oh mein Gott, wir holen jetzt einfach ein Auto ab, was abgeschleppt wird, weil es doch nicht mehr fährt oder so. Das Problem werden wir später sehen, aber erst mal hinfahren. Laut unseren Navi ist es sogar nicht weit von hier entfernt. Schau mal, da hinten steht schon das Problemauto. Ja, ich sehe es schon. Hier ist Ihre vertraute Werkstatt. Wir flicken jeden Reifen wieder an. Was kann ich für Sie tun? Jeden Reifen zusammenflicken trifft es gut. Mein Auto hat es getroffen. Komm, irgendwie ist das Rad abgefallen. Das werde ich mir mal genau anschauen. Oh ja, ich sehe es schon. Der Reifen ist abgefallen. Aber haben Sie kein Problem. Das ist schnell repariert. Och Mann, was ein Pechtag von mir. Wir werden Ihr Auto erst mal mitnehmen und dann reparieren in der Zeit. Keine Sorge. So, Vitamine, nur noch rauffahren. Yeah, so, vorsichtig drauf. Und yeah, let's go. So, jetzt können wir das wieder hier hochklappen. Und wir schleppen einfach das Auto ab. Wir werden uns bei Ihnen melden, sobald Ihr Auto repariert ist. Rufen Sie sich ein Taxi und fahren Sie nach Hause in der Zeit. Dankeschön für Ihr Vertrauen. Vielen Dank für Ihre Reparatur. Sie sind wirklich die Besten. Okay, los, Papa. Es regnet auch. Es ist total ekliges Wetter. Alter. Und hier gewittert es auch überall. Aber wir haben jetzt auch dieses Auto hier abgeschleppt. Alter. Das hat ein Reifen da verloren. Ihr seht es. Vorne fällt der Reifen. Und wir müssen das jetzt reparieren, Freunde. Gut, Vitamine. Super eingeparkt. Yeah. Das hätten wir dann mal. So, und jetzt, Papa, müssen wir das Auto reparieren. Du kannst dich ja um den Reifen kümmern. Und ich kümmere mich um den Motor. Mach das, Papa. Ich werde mich um den Reifen kümmern. So, Freunde. Alles reparieren. Boah, Gott, oh, Gott. Alter. Das ist auf dem vor allen Dingen richtig, richtig geiles Auto. Aber wir reparieren hier alles, weiß ich. Und ich muss sagen, das sieht gleich wieder wie neu aus. Und, Sonne Mann, wie sieht es aus? Ich habe es repariert. Yeah. Also, es ist alles wieder in Ordnung. Okay. Dann fahre ich das Auto runter. Und dann sind wir fertig mit dem heutigen Tag. Yeah. Alter, Freunde. Das war auf jeden Fall ein richtig cooler Tag heute in der Mechaniker-Familie. Gib mir auch was von den Pommes und den Burger. Nee, Mann. Das ist mein Essen. Ich will das essen. Dann bekommst du aber keine Milch dafür, Edgy Batch. Gib mir meine Lieblingsmilch. Gib mir. Kinder, kommt sie runter? Ich hätte mir meine Milch schon wieder geholt. Das weißt du. Ich glaube, wir sollten erst mal nach unten gehen. Unsere Mutter hat uns gerufen. Ja, allerdings. Und was sind wir jetzt für eine Familie? Hm? Okay. Ich habe irgendwie ein kariertes Hemd dran. und bin hier in einem Baumhaus. Okay. Komm. Los, mein Bruder. Komm mit runter. So. Vorsichtig hier runter gehen. Das ist nämlich unser eigenes Baumhaus, Freunde. So. Wo sind denn meine Eltern? Joe, die Pferde brauchen noch Essen und Wasser. Du weißt doch. Ja, das können doch heute die Kinder machen. Ich will Fernsehen gucken. Och Mann. Und wir gehen zu unseren Eltern. Moin, moin. Wir sind, ja, anscheinend sind wir eine Bauernfamilie. Du siehst wirklich aus wie so ein Bauer. Hey, du siehst aus wie ein Bauer. Nein, du siehst aus wie ein Bauer. Du siehst dreimal mehr aus wie ein Bauer. Kinder, wir sind alle Bauern. Wir sind eine Bauernfamilie. Hey, wir sind eine Bauernfamilie. Oh Mann. Stimmt. Wir sind eine Bauernfamilie. Oh Mann, oh Mann. Das heißt, wir ernten Getreide, Mais, haben Pferde, haben Kühe. Wir haben all solche Dinge, Freunde. Cool. Ich kann mich auch ein bisschen mal umgucken. Aber ja, als Bauer lebt man anscheinend nicht so reich. Also man hat hier nicht so viel Geld und so. Wirklich nur einen Schlafplatz. Ich habe oben mit meinem Bruder dieses Baumhaus, habt ihr gesehen. Aber ansonsten leben wir wirklich ganz, ganz klein. Oh Mann, okay. Aber was machen wir denn heute als Bauernfamilie? Wir werden erstmal rausgehen zu den Pferden und denen ein bisschen Essen geben und vielleicht noch ein bisschen Auslauf geben. Ja, aber eigentlich will ich mal mein Video weitergucken. Komm schon, Vitamina. Ein kleines Weltrennen. Wer als erstes beim Pferdestall ist. Oh, da würde ich niemals Nein sagen. Alter, komm, kleiner Bruder, komm. Komm, ich wette um 5 Euro, dass ich locker easy der Erste bei dem Farmerstall bin. Wer als erstes dort hinten im Pferdestall ist. Ja, der ist da hinten. Aber klar, Freunde, das werden wir auf jeden Fall machen. Okay, und ich zähle runter. Drei, zwei, eins. Ha, veräppelt. Hey, du hast mich veräppelt. Das kann nicht sein. Man, oh, man, oh, man. Du hast mich verarscht. Erster, erster. Pfeffernase aus der Hase. Ach, Mann, egal. Da hat mich der Bauer wohl reingelegt. Ich habe heute Phönix. Ja, Phönix. Ich nehme heute Emma. So, das ist mein Pferd Emma, Freunde. Seid ihr schon mal auf dem Pferd geritten, Freunde? Ich tatsache eigentlich davor noch nicht so weiter. Aber wie gesagt, Freunde, wir werden den Pferden jetzt ein bisschen Essen geben. So, hier könnt ihr auf jeden Fall essen. Essen, trinken und was auch immer. He, he, ja, das macht die Bauernfamilie so. He, he, he. Ganz genau, denn die Bauernfamilie muss ja auch mal den Stall ausmisten. Ach, Freunde, ich will eigentlich nicht den Stall ausmisten, aber na gut. Ach, dann werde ich das eben mal machen. Die ganze Kacke hier wegmachen. Bah, das stinkt übelst. Immer diese Stallarbeit, die ist wirklich furchtbar. Aber die gehört nun mal auch dazu, Freunde. Also, Stollarbeiten müssen auch gemacht werden. Und ich meine, so schwer ist es nun auch nicht. Und mein Bruder schaufelt da nebenan in diesem Stall. Ich habe mich schon mal an den Nächsten gemacht. Boah, Alter, das muss man echt gewöhnt sein. Das riecht echt ein bisschen streng, Freunde. Aber nun gut, meine Nase ist nicht so empfindlich. Das geht schon. So, ich glaube, das sollte jetzt erst mal fertig sein. Wasser können wir auch noch nachfüllen. Bei unseren Pferdis. So, alles ver... Und warte mal. Hey, der Milchlieferant kommt. Der Milchlieferant. Hey, hier, Milchlieferant. Hallöchen, Vitamine. Wie immer bringe ich eure bestellte Milch. Oh ja, dankeschön, Herr Milchlieferant. Wie cool ist das denn? Diesmal habt ihr ja nur drei Pakete bestellt. Kommt sofort. Komm am besten mal kurz mit zu meinem Auto. Ich komme schon. So, hier ist der Milchlieferant. Und wir, wenn jetzt die Milch rausnehmen, natürlich von den frischen Kühen. So, da habt ihr eure frische Milch. Viel Spaß. Ja, dankeschön. Die ist echt schwer. Aber jetzt haben wir ein ganz neues Paket voller Milch. Und ich glaube, Eier sollten wir bald auch mal wieder bestellen. Aber nun, als Bauernfamilie hat man das natürlich selber. Aber allerdings verkauft man seine eigene Milch auch. Denn man braucht ja irgendwie Geld, Freunde. Und Getreide wächst da hinten auch. Aber dankeschön, der Milchlieferant. Wir haben jetzt hier frische neue Milch. Super, Vitamine, du hast die Milch geholt und den Stall gereinigt. Du und dein Bruder, ihr seid für heute fertig. Ja, ich möchte auch fertig sein. Nein, du fütterst doch ein bisschen die Tiere. Oh Mann, ich wollte aber meine Videos gucken. Yeah, mein Bruder, wir sind damit heute fertig. Und haben die Arbeit erfolgreich erledigt. Das war also ein cooler Tag bei der Bauernfamilie. Wie cool, Freunde. Let's go. Lass deinen Daumen nach oben da. Liebe Königsfamilie, ihr stets breites, leckeres Essen steht bereit zum Verzehr. Jam, 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 lecker Essen. Die Königsfamilie ist die beste Familie auf der ganzen Welt. Und kann sich alles leisten, was sie möchte. Haha, ja, ich will neuen Laptop und neues Handy. Selbstverständlich, Kleiner. Kannst du das alles gerne haben? Ich werde dir alles kaufen, was du möchtest. Vitamine. Yeah. Warte mal, wer hat mich gerufen? Und wo bin ich denn jetzt schon wieder gelandet? Ich bin schon wieder in irgendeiner anderen Familie. Warte mal, du sagst, du weißt schon, du kennst die Familie. Hey, welche Familie ist es? Schreib es jetzt in die Kommentare. Ich habe noch absolut keine Ahnung. Ist es eine coole Familie oder ist es eine schlechte Familie? Was denkt ihr? Würde mich echt sehr doll interessieren. Okay, wir gehen mal nach unten und lassen uns überraschen. Auf jeden Fall ist das Haus jedenfalls riesig und auch so hellblau. So Art Diamanten oder so. Hä? Warte mal. Hey, das sind Könige. Willkommen in der Königsfamilie. Du bist nun ein Teil von uns. Naja, noch nicht ganz, Mama. Danach werde ich erstmal König. Wer später mal der nächste König wird, das wird immer noch Papa entscheiden. Wow, ich bin in einer Königsfamilie. Alter. Und warte mal, wer ist das hier? Das ist unsere Haushälterin Elisa. Elisa. Oha. Alter. Hallöchen, Vitamine. Was kann ich für dich Gutes tun? Möchtest du gerne etwas essen? Oder willst du sogar noch was zu trinken haben? Ich werde dir jeden Wunsch von der Lippe ablesen. Äh, ehrlich gesagt will ich wirklich gar nichts haben. Alter, sowas kenne ich gar nicht. Das ist ein Butler oder ein Diener. Wie man es auch immer nennen soll, Freunde. Oha, die würde anscheinend für uns alles tun. Bitteschön, ihr Essen. Und möchten Sie vielleicht doch alle was zu trinken? Nein, Elisa. Wir sind erstmal zufrieden. Dankeschön. Du machst einen wirklich sehr guten Job. Ich würde doch noch eine Cola nehmen. Eine Cola kommt sofort. Alter, die bringt Ihnen jetzt wirklich einfach eine Cola, Freunde. Das ist eine Dienerin, die einfach für uns alles macht. Das ist irgendwie schon cool, aber irgendwie auch komisch, Freunde. Ich meine, wer möchte, dass jedes Mal dir jemand hinterherrennt und dir trinken oder sowas besorgt. Dankeschön, Elisa. Und jetzt pfeif ab. Alter, mein Bruder war übel streng zu ihr. Hey, sei ein bisschen netter zu unserer Dienerin. Hey, wir sind die Königsfamilie. Wir dürfen uns alles erlauben. Nein, selbstverständlich nicht. Du kannst nicht böse zu Elisa sein. Die ist übel nett zu dir. Und du bist wie ein Tyrann und sehr, sehr böse. Ja, vorzüglich. Sehr, sehr lecker. Kinder, streitet euch nicht immer. Hört auf zu streiten. Ja, ist ja okay. Oh Mann. Okay, aber ich will mich noch ein bisschen umgucken, Freunde. Das sieht echt krass aus. Vor allem hier alles so mit Diamanten bestückt. Guckt euch das mal an. Alles sieht aus wie eine Diamant- oder Königsfamilie natürlich. Natürlich, es ist schon echt cool, den Pool einfach mitten im Haus zu haben. Hat auch keiner, glaube ich, bis jetzt, die ich kenne. Hier haben wir unseren Garten. Der ist sogar relativ klein, muss ich sagen. Aber man braucht nicht so einen großen Garten. Und wir können uns das Haus nochmal von außen... Alter, Freunde. Wo haben wir denn auf einmal so viele Autos her? Oh, Warte, lass mich mal erzählen. Wir haben ein Auto, zwei Autos, drei Autos, vier Autos. Wie bitte? Äh, Alter, wie kann man sich denn so viele Autos leisten? Ich meine, vier Autos, ähm, das sind vier Personen... Ja, jeder hat ein Auto. Das sind längst noch nicht alle Autos. Wir haben noch viel, viel mehr, wo die herkommen. Ich mach dann hier schön sauber, keine Sorge. Wow, habt ihr das gehört? Mein Vater hat sogar noch gesagt, wir haben richtig, richtig viele mehr Autos. Und guckt euch mal das an. Wir haben sogar die beste Aussicht über ganz Broke Heaven. Also wir haben die beste, teuerste Wohnung oder das Haus, besser gesagt, in ganz Broke Heaven. Warte mal, wir werden mal von oben uns Broke Heaven anschauen. Alter, wie heftig geil ist das bitte? Wir können jetzt einfach sogar Broke Heaven von hier oben uns anschauen. Also, Freunde, im Best... In Whirlpool gibt's auch noch. Oha! Alter, einfach in der Königsfamilie. Ich meine, Freunde, wer hat einen besseren Platz? Ich glaube, ich kenne keinen, der in Broke Heaven einen besseren Platz hat als wir. Noch ein schönes Foto machen. Grinsen! Hehe, yeah! Hey, Elisa? Ja, ich bin ja schon am Saubermachen. Schneller kann ich nicht. Nein, nein, keine Sorge. Hier noch ein bisschen Geld. Ich meine, du bist eine wirklich sehr gute Haushälterin. Viel Spaß damit. Ein kleiner Vorschuss. Oh, 1000 Euro? Halt, das ist wirklich sehr viel Geld. Danke. Keine Sorge. Ich hoffe, du bleibst für immer unsere Haushälterin. Du bist wirklich die Beste, die man sich vorstellen kann. Oh, Mann! Mein Vater hat sogar Elisa, der Haushälterin, gerade noch Geld gegeben. Denn wir sind anscheinend eh stinkreich. Meine Mama hat das neueste Handy. Mein kleiner Bruder, der hat sogar draußen noch sich zwei Autos geholt. Mein Vater ist hier. Elisa ist einfach hier. Und die macht den ganzen Job hier. Also, ich muss sagen, hier fühle ich mich allerdings auch sehr, sehr wohl, Freunde. Aber jetzt seid ihr dran. Was findet ihr? Welche von mir war jetzt am besten? Schreibt es mal gerne in die Kommentare, wenn ihr mich super, 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 freut, Freunde. Vergesst nicht, kurz zu uns abonnieren, um keine neuen Wüsten zu verpassen. Und jetzt sehen wir uns morgen beim neuen, coolen Video. Bis dahin. Tschüss! Tschüss!